Und damit seid gegrüßt, weil ich den Zweck Egnormitz und Egnormitz im neuen Pacht, Pogonjuwainium und den Zweckfürst. Der liegt da bequem am Strand und sonstig hat ein bisschen Urlaub gemacht im Pogonjuwainium. Ja, schau mal, wo es heute weitergeht. Der, nicht der Prof, sondern der, unser Vater. Mein Vater ist persönlich ein Restaurant gefunden. Hat uns auf die Atomunisse geschickt. Wir sollen da irgendwie für ihn das Geheimnis seines Müll-Nabos erkunden. Irgendwie so in der Art. Ja, dann gucken wir heute mal, dass wir hinkommen. Dass wir mal zur Plattform kommen. Irgendwie so eine Plattform oder mehr war das. Da haben wir jetzt einen Auftrag bekommen. Schauen wir mal, wie wir hinkommen. Ah, hier vielleicht. Fährst du uns dorthin? Nein, du bist ein Trainer. Was? Standing und Sonic. Make me Nancy. Aha. Nancy. Interessant. Wusste ich nicht, dass es sowas gibt. Er wird landkrank. Wenn ich sehe, kann es noch nicht landkrank. Faszinierend. Los, Markus. Kämpfer. Du hast ihn nicht so leicht besiegen. Na, dann sind wir nur im letzten Pop-Mod-Center. Ist aber nicht so wild, wie wir hier verlieren. Gehen wir gleich um die Ecke ins Pop-Mod-Center. So einen langen Weg müssen wir jetzt hier nicht machen. Ist außerdem der falsche Weg wahrscheinlich. Dann kommen wir wahrscheinlich nicht zum Kraftwerk. Ist das das Kraftwerk bewertet zu müssen? Ich weiß es nicht. So, wer braucht denn noch Training? Alle, außer Pompi. Na, die du bist dran. Na, komm. Oh, blechen wir aus der Welt. Na, komm. Du machst alle. Ehrer-Center. Das ist ein effektiver Attacker. Das ist ein Jutta-Tack, der Ehrer-Center. Das können wir brauchen. Verdammt. Ich habe Mody gesiegt. Also kennen wir es nur für Mody. Ach. Wir haben nur noch das IM-Team. Vielleicht haben wir jetzt ein bisschen weniger Einfug von weniger Team. Das ist tragisch. Aber vielleicht kriegen wir es trotzdem hin. Nichts zu verlieren. Sehr gut. Level 19 von Nimmlein. Wird leider keine Wetterentwicklung da. Ja. So ein Nassel. Oh, das sieht gut aus. Na ja, so gut sieht das auch wieder nicht aus. Dauert 20. Aber Charme kann ich vergessen. Nichts zu sparen, sondern Charme. Nassel gelernt. Habe ich mich gerade am Ruf verschluckt. So ein Tupfjum. Nassel. Versuchen wir es gleich mal. Habe ich mich gerade am Ruf verschluckt. So ein Tupfjum. 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 Ja, Katja. Na komm. Stirb nicht. Lass dich nicht so leicht besiegen. Na komm. Das muss doch klappen hier. Level 23 ist der schon. Meine Fresse. So besiegt. Letztes Upman. Tag hier. So wie wärs mit Bubblebeam in Wasserpumann. Ja gut. Okay, jetzt hat wir noch auf Ruf. Hat gewirkt. Sehr gut. Und besiegt. Der Landlubber ist leih. Der Landlubber ist leih. Für mich. Ich kann nicht den Ozean hören. Komm mal rein. Okay, er will wieder auf die Hohe See. Na dann. Mal schnell zum Bubblebeam Center. Und suchen wir uns einen anderen Ort. Von dem aus wir zum Haftwerk starten können. So schaut's aus. Ich hoffe, wir müssen unser Ei nicht mehr nach dem Team behalten. Das Ei blockiert schon ziemlich viel. Ist schon... Ist schon besser mit 6.0 im Team. Mein Oten, das fehlt mir schon. Dass wir dich wieder zurück im Team haben. Das müssen wir kämpfen. So, wo war's denn hier? Hier. Hier müssen wir nach. Gutes Leben. Was ist denn hier? Krass, nein. Nein, danke. Danke, aber nein, danke. Dich brauchen wir nicht. So, mit dir müssen wir reden. Der Schiff will... Der Schiff will... ...take... ...ja, ...to der nuclear Power Plant. Genau, da müssen wir hin. Construction Zeit. Hey, ...wait a second. Are you, Zwerggy? I got orders to take here... ...to the power plant. But... ...you're just a kid. What's Steve... ...thinking? Hey, ...wait a second. Ach du Kacker. Müssen wir gegen den wieder kämpfen. Zwerggy, are you going to the power plant? I wanna come to... I guess... ...no, ...there's two kids. ...I don't know in you the box. ...about this. Hello, I got a situation... ...out here on Route 7. These two kids are asking... ...to go to the power plant. One of them looks like the kid... ...that the ranger told us about. The other one got crazy red hair. Kinda looks like... ...us. ...yeah... ...actually... ...feel... ...just serious. All right. Those boss say... ...I... ...should bring you both... ...over... ...don't know... ...what he's thinking... ...but I got... ...orders... ...so hope on... ...both of you. ...ohh... ...he's going to see... ...I'll go... ...to see my dad. ... ...okay... ...he's in for here... ...of the nuclear war plant... ...and Kraftwerk... ...in there. ...is this... ...where my dad works? ...there's any new place... ...for gentlemen... ...he... ...he... ...donna... Was ist der Boss tanking? Theo Zwergi! Ach, das ist der Vater von Theo. Interessant. Gut, you two have arrived. Follow me, please. Dad, check it out. Me and Zwergi are bona fide trainers now. I got two badges and everything. I can see that I'm very proud of you, Theo. It seems like I made the right choice to let you travel on your own. Right, you ain't seen a failure. Just keep your weight and become the best trainer ever. Haha, I'm sure you will. Oh, Zwergi! Can you tell me you have something for me? Hmm, I see. I see. I am not sure what this weird reasoning is, but I have to respect the sheep's wishes. Your father wants to see the real power plant. As you know, there was an accident that appeared here ten years ago. The one where you ghost your mother, Lucy. I must admit, Ken has been fixated on it ever since. It's understandable that the event changed his life, as well as mine. I was there on that day after all. I had been caught into some repairs. Everything was working perfectly when there was a sudden unexpected malfunction. and tried to save as many workers as possible. The last time I saw her Sue, she was headed deeper inside. I called out to her that she disappeared. They never found her. I know, this must be hard for you to hear. Perhaps seeing the plant will provide you with some much needed corrosive. But it's very dangerous, although the radiation has cleared. There's something strange about the Pokemon here. You get to explore and above the Pokemon, can you say? That's old school I wanna come to. Also, this will tell you. No, tell you. You are going back to the mainland. But that! This way I get to do this. It's so way, Ken, eh? As your father, I cannot allow you to go. It's far too dangerous, Ken. Then, which is for Zwei to go. I can't dis-away orders from the Chief of the Rangers. Besides, they have unfinished business there. I'm a trainer! I can handle my Pokemon just fine. No, this one. Not this one. These are different. I won't have you anywhere near them. No fair. Life isn't always fair to you. No. I'll inform the boat, Captain, to take you back to the mainland. As for you, Zwei, you have my permission to look about the island. The violent plant is to dissolve. You hope to be cautious. Tough. If you need to hear, there is a machine in the rest house. Some of the workers here are also Pokemon trainers. They might want to battle you. And above all might the wild Pokemon. They are different. They might want to see. I hope you can find what you want to see. Yeah. Irgendwie so. Okay. Versuchen wir zu überleben. Na dann. Toshin. Sind wir jetzt auf der Kraftwerksinsel. Interessant. Na dann. Während viele Trainer battlen. Versuchen wir gegen die wilden Pokemon, gegen die Trainer zu überleben. Na dann. Was haben wir hier? Ah. Hier haben wir das Rest Haus. Das Ausruhrhaus. Das Ausruhrhaus. Das Eiland ist. Particular dangerous. So we hands this human machine. Bought into Keith Walkers. Pokemon healthy. Would you like to hear a Pokemon? Yes. Auch wenn sie noch nicht wirklich geschadet wurden. Jo, hallo. Whatever it is that's going on with the Pokemon here. It's fascinating. I mean, it's almost certainly not good. But it's sure it's interesting. Aha. Let's see me there. Hey. There. You look like a trainer. Ich habe einige Supplieren, die kommen. Oh, Hans-Dee, willkommen. Wie viele ich dir surfe? Ah, Great Balls, Spare Potions, Skate Rock. Okay, wie viele haben wir davon? Drei, okay. Komm, lass es noch, muss mal gut sein. Spare Potions. Davon haben wir noch 15, ja gut. Lassen wir es bleiben. Hm, so viel geht haben wir nicht mit, die drei. Ja gut, lassen wir es sein. Der Pokémon hier ist so und sattelig, The thing about these black eyes they have, If it feels like there's nothing inside. Plus, one of them attacked me for no reason, I'd leave the space of the pain around so good. Aha, okay, sein bezahlungsschlecht und er wird attackiert von Pokémon. Das gefällt ihm nicht. You know how unclear a vector works. Power is generated by splitting atomes in there. When you wreck the fuel, which will released much amounts of heat. That heat is used to pour water into support of steam, which which causes a turbine to turn, which produces electricity and the water cables then conducts its electricity out street cities across the region. Ah. Na interessant, haben wir ein bisschen was über Strom und Nucleareenergie gelernt. Is von Harvey Barry. Okay, ja. Ich fliege hier mal ein paar Beeren. Beeren mitnehmen. Die nutzen wir zwar Krom, aber Neymamit, Neymamit Kev's old boss Und he is nice enough guy He is really, really likes Pokemon And he counts about his son too I can respect her man like that The mom has it Cam used to be a Pokemon trainer A damn good one too These high-waste electric types Ok, we can't go here yet Schade Ok, there is still a work Will he go away or... Will he not Hmm... Let's go to the trainers We probably have enough to do with the wild Pokemon That's right Oh, now we have the first trainer This island isn't a player born for kids I'm here for the first time Super scientist... Closed You're back The research leader He is back Go to the Marcus We'll take a little bit of it And... We'll go back We will go back So I won't go back To every training To every camp I will go back To the immune center To the healing house zur heilung haus damit 22 da bin ich noch ein bisschen unter der wild das kriegen wir doch hin ich werde abgeschleckt da kommt das ist nicht so wichtig ein bisschen schaden ist noch hin ich wusste es nicht ganz besiegen aber keins macht achte körper aber diese so schon in dem bereich die hälfte schon erledigt das kriegen wir doch noch nicht mit marcus, aber mit den anderen pokémon gehen wir sehr gut hin nice im roten bereich na komm so das wars mit marcus marcus hat sein bestes gegeben du bist dran und marcus vielleicht ist jetzt dein nächstes dein nächstes level dann ist die Entwicklung nicht mehr weit ich glaube in level 21 entwickelt sich das modi oder schon mit level 20 auf jeden fall droht es nicht mehr lang na komm vergiftet mutt na komm machs alle nice so ein neues level sehr nice flame flame flammerat sehr großartig geld geholt kannst du vergessen sehr toll ja das vergiftet sein ist nicht so toll aber gut flammenrat können wir gleich mal ausprobieren fein woher bait oh schreck ja das bringt ein bisschen was gegen chipgift das effektivste aber ja wasser gegen chipgift ich weiß nicht wann das effektiv ich weiß es nicht aber ähm nicht gegen chipgift das ist jetzt auch nicht das beste aber ja gut oh ja gut ich wollte gerade sagen wissen was kannst doch das war wohl nichts Ach, du Schande. Komplett destroyed. Sehr gut, soviel dazu. Und wer ist mit dem Inline-Elektro-Typ? Wir schleppen immer noch das Ei mit uns rum. Ah, verdammt. Spark. Was ist denn? Was muss doch? Sehr gut. Das haut rein. Ja, der hat auch gefunden. Eben haut auch rein. Na, komm. Mach's alle. Paralysiert. Nein, halt's durch. Halt's durch. Auweil. Wie wär's mit Medizin? Superpotion. Los, nein, nein. Sehr gut. Durchhalten. Das ist ein Befehl. Halt's du nicht. Und jetzt mach's kaputt. Na komm. Mach's fertig. Nass. Okay, das war nicht so toll. Nicht den gewünschten Effekt. Oh, man. Oh, man. I come. Spark. Nice. Beziegt. You are no ordinary cat, Sledguts, 1210, for winning, okay, Ninet's arrived, the poison, the poison fell, ah, okay, hat's verdient, will this Pokemon, with us, Oten, äh, was zum, na, das sieht ja genial aus, Fights, ja, Cutter, das, ist das Entscheidende, oder, das ist wahrscheinlich ein Atomkraft-Oten, und besiegt haben was, das sieht ja fantastisch aus, Ähm, ich werd mal kurz, ins Heilink-Center, ein Schlafräumer, die Schlafräumer, so, Pokemon-Team wieder geheilt, boah, wir müssen uns diese Pokemon fangen hier, sind wahrscheinlich nukleare Pokemon, was sonst, da bin ich aber mal gespannt, Das ist wie das Wasser, da müssen wir lang, ach, shit, am Trainer vorbeischleichen, wird wahrscheinlich nicht klappen, aber, verdammt, da drüben ist schon das nukleare Kraftwerk, ich seh doch schon den Turm, Have you figured out what's other Pokemon here, wahrscheinlich Atomkraft-Oten, oder nicht? Parodio, Parodio, interessant, Metal-Clone, na komm, ich besiege auch noch, sind hier Zehlkämpfer, aber das ging da hin, na komm, ups, Markus, Los, Markus, los, Markus, los, Markus, los, Markus, ich muss die Islecht versiegen, na komm, Tja, ähm, das sieht jetzt schlecht aus, für Markus, na komm, Metal-Clone, immerhin, Immerhin hat er einiges getan, hat stark gekimpft, zum Modi, da bist du dran, los, mach's alle, Flame Wheel, das hat dir wenig gebracht, erschreckend wenig, Verbrennung, das ist gut, Last Land, Na komm, Verbrennung, Hältst du dich, Modi? Super, Audio besiegt, Sehr gut, wir brauchen ein Last Land für Modi, Die Entwicklung, das wäre ja großartig, Wir müssen grad schon, Swap Ocean, Wir müssen Modi trainieren, Ich weiß nicht, ob das in der W-20 oder in der W-21 kommt, Ich befürchte, fast in der W-21, Jut, Flame Wheel, Hältst du dich, Hältst du dich, Hältst du dich, Modi? Wir müssen ihn noch verbrennen, Kacke, Ist ja gut, das war's wohl, Mit Modi, Pompi, Du bist dran, Müssen wir jetzt nach jedem Kampf nochmal zurück zum, Du bist dran, Ich meine, zum Bettenraum, Was nicht so teuer war, Gut, was so ist, Na komm, Hältst du dich, So, Sack, Scientist besiegt, Und zurück geht's, Versuchen wir nicht zu sterben, Au, Was bist du denn, Cross-Thorne, Die sehen gut aus, Die fahren hier auf dieser Insel, Wir müssen ein Zimmer ein paar fangen, Auch immer die vielleicht nicht ins Team nehmen müssen, Aber die fangen uns mal ein paar, So, Jetzt haben wir ja die Box, Das Team ist voll, Das heißt nicht, Jedes Buch mal auszufangen wird sofort ins Team gebracht, Und, Spare ich mir ein paar, Ähnlich viele Sachen, Legen wir sie sofort auf die Box und dann, Ja, 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 Na komm, Fangen wir uns das, Fangen nicht kaputt machen, Come away, Das klingt interessant, Und, 18, Okay, Das könnte man vielleicht sogar das Team mit aufnehmen, Können wir das normale Outern ansetzen, Mud Slap, Na komm, Wir müssen uns ein bisschen schwächen, Bevor wir es fangen können, Ja, Gleich können wir es mal versuchen, Jetzt noch einmal Mud Slap ein, Risiko reich aber, Versuchen wir es, Ja, alles, Superquall, Das ist ein Nuklearpug, Man kann auch was Gutes sein, Im Team, So, Superball, Na komm, 1, 2, 3, 4, Nice, Und, Was kommt? Nicht nehmen, Ist weiblich, Aber, Wen wirkt es? Oha, Ein Tenkun, Auch nicht schlecht, Ein Nukleartenkun, Wie fangen sie mir jetzt alle, Äh, Fog die Box packen, Und, Und, Wenn ich das dann ins Team nehme, Ist eine andere Sache, Ist ja gut, Pokéball, Na komm, Bleib drin, 1, 2, 3, 4, Und, Da ist, Und, Da krieg ich keinen Spitznamen, Großartig, Ich finde Pukleks, So, Jetzt können wir hier durch, Für das Pokémon, Noch ein Outen, Noch ein Outen, So, 1, 1, 1, Oha, 3, Ja, noch ein Outen, Ich hab ja noch schon eins gefangen, Ich hab schon 3 jetzt auf der Box, Ich hab 3 Outens, Ein normales Gewinnspiel, Outen, Ja, Eins hab ich ja gewonnen, Und, Eins hab ich hier nukleär gefangen, Und, Auch von Janschen, Nuklearers, So, Ihr, Fried, Ihr Narren, Ähm, Versuchen wir nicht, In den Kampf zu geraten, Ja, Giovanni Mo, Ein wildes Kostro, Das fangen wir uns auch an, So, Riskant, Aber, Versuchen wir's mal, Guck mal, Guck mal, 1, 2, 3, Nice, So geht's auch, Muss man nicht mal schwächen, Oh, jetzt haben wir den Punktex Beitrag nicht vorgelesen, Sehr gut, Und weiter geht's, Das kriegen wir noch für den äußerten Pokémon, Nichts, Mike, Ich hab am Ende das, Die ganze Box voller, Uranium-Pokémon, Warum nicht, Kann ich die ganze Box mit vollpacken, Ich werd das Team bestimmt nicht damit voll machen, Aber, Ja, Einfach ein bisschen mit's dabei zu haben, Das war klar, Bis das nächste wird, Bei Interesse, Wir wollen uns ja eins davon mal, Das Ziel nehmen, Können wir mal gucken, Was uns interessiert, So ein bisschen schwächen müssen wir es noch, Feind, Metal Plon, Na komm, Oh, Fast schon zu viel, Na komm, Jetzt tue ich Markus, Und fang es, Pokémon, Na komm, Jetzt muss es doch klappen, Eins, Zwei, Drei, Nice, Leute, Wir müssen Pokémon fangen, Chipmunk, Pokémon, Ok, Gnitmunk, Sehr gut, Oh, Der ist schon wieder, Der, Es ist, Der alte Power Plant, demonstrated, Trying to find something about anything to explain what happened or two years ago. Of course, it's no good. Almost everything was destroyed in this explosion. What wasn't destroyed was mostly burned up by the fire afterwards. The building is crumbling. It's slated for demolition. So this may be the last chance to have to uncover what really happened. I doubt there is anything left to find. Are you going inside? Of course, it's the last place your mother was in. But it's very dangerous. That's why... There, I put a trigger on you. Something happened. If you get hurt, a baby can't get you. That's a promise. Now I suggest you get up and grab some supplies before going inside. I don't know what you might find in there.